Hallo zusammen hier bei Blende8, dem Videopodcast des Rheinwerk Verlags und mein Name ist Martin Krolop. Willkommen aus Köln, hier aus dem Studio. Wir sind mal wieder kräftig am Arbeiten. Es ist kurz vor Mitternacht, aber das ist halt als Fotograf einfach so. Ich möchte euch viel Spaß wünschen beim nachfolgenden Video. Nämlich geht es darum, dass ein kleines Video aus dem großen Videotraining Breaking the Rules ist. Breaking the Rules, da habe ich, so wie der Name es schon sagt, einfach Regelbrüche verarbeitet, fotografische Regelbrüche und im nachfolgenden Video geht es um eine Taschenlampe. Wie macht man mit Hilfe nur einer einzigen kleinen Taschenlampe sexy Fotos im Dunkeln? Und ja, die Taschenlampe ist dann nicht nur, sondern gerade richtig perfekt. Schaut euch aber einfach mal das Video an und ich hoffe es gefällt und dann dürft ihr auch gleich selber anfangen mit den Regelbrüchen. Herzlich Willkommen in den Krolopschen Katakomben. Heute werden wir gar nichts Böses machen. Wir machen mal wieder Fotos, aber Breaking the Rules ist natürlich das Thema. Und was ich hier in meiner Hand halte, das ist eine Taschenlampe, eine LED-Taschenlampe. Zugegeben eine relativ starke LED-Taschenlampe, ein LED-Lenser, so ist der Markenname, eine P7. LED-Taschenlampe sind ja in den letzten Jahren aufgekommen und immer stärker geworden. Und was diese kleinen Dinger eben zu leisten imstande sind, das ist unfassbar von der Helligkeit. Und warum, wenn man so eine Taschenlampe hat, soll man nicht auch damit fotografieren und richtig tolle Bilder machen? Weil eigentlich hat man hier mit der Taschenlampe einen kostenlosen Verfolgerspot. Ich mache das jetzt einfach mal und ich mache das Ding mal auf, ich glaube der Akku ist langsam alle. Man sieht es dann deutlich, das ist eigentlich ein Spot im Hintergrund, mit dem man ja, und das ist die Funktion einer Taschenlampe, was suchen kann. Man kann Sachen finden in der Dunkelheit. Und dieser Sucherspot, den kennen wir ja auch aus dem Theater, aus Bühnen und Veranstaltungen, aus Konzerten, wo natürlich war es immer auf den Hauptakteur, auf die Band, auf den Sänger, auf den Gitarristen und auf was auch immer gerichtet ist. Ihr werdet drauf kommen, ein sogenannter Sucherspot oder Verfolgerspot. Und genau diese Spielart können wir mit einer Taschenlampe sehr gut machen, weil A, die Lichtleistung inzwischen zeitlich unglaublich gut ausreicht, also die Dinger sind richtig stark geworden. Und B, es ist auch so, dass der Look ein richtig interessantes Ergebnis erzeugen kann und eine interessante Bildsprache hat. Kommen wir mal zu den technischen Dingen. Ich bin hier A, in unseren Keller gegangen, habe das Licht ausgelassen, aus einem ganz einfachen Grund, dass ich kein wirkliches Drumherum-Licht haben möchte. Ich möchte wirklich komplett nur mit der Taschenlampe arbeiten und deswegen muss es hier drumherum so dunkel wie möglich sein. Vielleicht kommt gleich jemand, macht das Licht an, dann wird es hier ein bisschen heller, aber fotografieren tue ich hier im Dunkeln. Wichtig ist, dass man die Regeln eben bricht. Und wo brechen wir mit einer LED-Taschenlampe die Regeln? Na ganz einfach, in mehrerlei Hinsicht. Punkt Nummer 1, es geht wieder das Thema Licht. Wir haben hier kein schönes, angenehmes Licht. Wir haben hier ein aggressives, knallhartes, mini-hartes Licht, fast schon wie die Sonne. Dann ist die Farbtemperatur von diesen LEDs meistens so ein bisschen, na, nicht so berauschend, neutral. Also wir haben hier so einen leichten blau-grünen Ton mit drin. Und dann kommen wir zum richtig großen Problem der LEDs, dass das Spektrum, also das ausgedehnte, sendete Licht von diesen LEDs, also von den Dioden, nicht wirklich perfekt fotogeeignet ist. Also man hat hier eigentlich kein Spektrum, was alle Farben so zeigt, wie sie wirklich existieren, sondern man hat Lücken und man hat eben ja wirklich Aussetzer im Spektrum. Bei den meisten LEDs ist es jedenfalls noch so und damit hat man ein schlechtes Licht, also ein schlechtes Qualitätslicht. Jetzt ist das einfach völlig egal für uns. Ich fotografiere einfach damit. Für mich kommt nur auf die Helligkeit in der Hinsicht an und man muss sich eben damit akzeptieren oder man muss sich damit zurechtfinden, dass man gewisserweise die Farben in der Bildbearbeitung oder in der Retusche so ein bisschen hindrehen muss. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich über die spiegellose Systemkamera das einfach anmachen kann und ich kann meinen Weißabgleich ganz gezielt einsetzen. Ich kann den ganz gezielt so ein bisschen nach visuellen Aspekten terminieren und einstellen. Ich habe jetzt den Unterwasser-Weißabgleich rausgesucht. Das ist der Fisch mit dem WB-Fisch. Also WB-Fisch hat mir hier die coolsten Ergebnisse gegeben. Und da sieht man auch schon mal wieder, dass man auch mit Farbe eben in der Hinsicht extrem spielen muss, weil die Taschenlampe an sich ein bisschen schlechter da ist. Ich habe noch eine Sache und zwar, auf die ich achten muss. Bei diesen Taschenlampen ist oftmals so eine Fokussierung mit dabei. Das sieht man ja sicherlich jetzt im Weitwinkel. Und da bildet sich irgendwann mal so ein dunkler Spot, also da wird so ein heller Kranz draus. Und da habe ich die Taschenlampe so eingestellt, dass eben hier in der Mitte der helle Spot ist, aber nicht zu hell. Also ich habe das so lange rausgefahren, bis ich so einen leichten Verlauf hatte und mit dem will ich arbeiten. Also man muss auch so ein bisschen auf die Lichtart oder Lichtqualität, die aus der Taschenlampe kommt, achten. Und jetzt habt ihr sicherlich die Frage, hey, wie fotografiere ich damit? Fotografiere ich irgendwie so oder fotografiere ich irgendwie von außen oder fotografiere ich irgendwie, ja, wo halte ich denn die Taschenlampe hin? Baue ich die auf ein Stativ? Nee, ich möchte wirklich portable bleiben und ich halte die Taschenlampe wirklich direkt über die Kamera und kann damit auch so ein bisschen zielen. Weil ich will ja das Modell nicht immer mittig haben, ich will es auch mal ein bisschen versetzt haben. Ich spiele auch damit, dass ich so ein bisschen links, rechts, oben, unten ziele. Man kann mit dem Spot auch so ein bisschen manchmal das Gesicht weniger belichten und woanders hinziehen, ein bisschen auch dran vorbei am Modell. Also da gibt es unglaublich viele Spielarten, wo man mit so ein paar Millimeter einfach den Spot verrücken kann und dann ganz interessante Bilder erzeugen kann. Ihr fragt euch sicherlich, mit welchen Einstellungen ich hier fotografiert habe. Das kann ich euch sagen, ISO 1600 war es, bei einer Hundertstel bei Blende 1.8. Also ihr merkt, das ist jetzt schon ein erhöhter ISO-Wert und das ist auch nicht jetzt die kürzeste Verschlüssel, die man haben kann. Aber das ist kein grenzwertiges Fotografieren. Also ISO 1600 bei einer aktuellen Kamera wie der EM10 mit einem Hundertstel aus der Hand, das ist immer noch lächerlich. Also da sind wir noch nicht in dem Grenzbereich, wo es wirklich gefährlich wird, wo man sagt, oh Gott, jetzt ist die Qualität dann gleich kurz vorab nippeln. Da muss man auch wieder so ein bisschen einfach frei sein und das Ganze akzeptieren. Die Taschenlappe wird nicht heller, vielleicht wenn ich neue Akkus rein tue oder Batterien, aber so ist es und damit will ich fotografieren. Und dann habe ich noch eine Besonderheit bei der Location. Wenn ich schon so ein plattes Licht habe, also wenn ich schon so einen Spot habe, dann suche ich mir eigentlich immer Elemente der Tiefe raus. Das werdet ihr gleich sehen, Anastasia steht ja hier schon im Dunkeln, man sieht sie vielleicht nur so erahnend von den Schemen, aber ich habe sie hier an eine Kante gestellt und ich fotografiere in den Raum rein. Weil das Licht, wenn es so frontal von der Kamera kommt, hat ja schon eine Lichtrichtung. Die Lichtrichtung, die geht in das Bild hinein. Normalerweise haben wir eine Lichtrichtung, die zum Beispiel von links nach rechts geht, also hier hell, hier dunkel. Wenn ich jetzt aus der Kamerarichtung leuchte, dann habe ich vorne hell, hinten dunkel. Und das hinten dunkel, das sehe ich meistens nicht, jedenfalls dann, wenn ich die Taschenlampe so nah ans Objektiv halte. Was ich aber dadurch wieder sichtbar mache, durch den Raum, ist, dass es doch eine Tiefenstafflung gibt. Ich habe also eine hell angeleuchtete Wand, dann kommt Anastasia und dann kommt hinten schon wieder die dunkelwährende Wand. Und man sieht so ein bisschen im Hintenrein noch den Raum. Man hat also wieder das Gefühl der Tiefe und damit wird dieses flache, frontale, platte Licht, wird optisch gesehen wieder sehr tief und sehr dreidimensional. Ja, krass. Also ihr könnt damit echt spielen, ihr könnt auch mal das Licht von unten kommen lassen und mit dem Licht von unten spielen. Dann sieht es ein bisschen aggressiver aus und es wird auch noch ein bisschen unangenehmerer Look, aber das kann genauso gut funktionieren. Anastasia, gehst du nochmal an die Kante ran? Ja, und viel Spaß euch, ne? Tschüssi! Das war's für heute. Ich hoffe sehr, das Video hat gefallen und ich hoffe sehr, es hat angeregt, auch einfach mal Dinge zu tun, die vielleicht anders sind. Wir haben so tolle Kameras, wir haben so neue Dinge, mit denen wir fotografieren können. Wir brauchen nicht wie vor 20 Jahren die 5000 Watt Blitzlicht, sondern wir können ganz andere Fotos machen, wenn wir uns nur trauen. Wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt doch ein kleines Like oder auch abonniert den Kanal natürlich hier von Rheinberg. Und damit würde ich auch schon sagen Tschüss, viel Spaß beim Fotografieren, allseits gut Licht hier aus Köln.